Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Sarah Wagenknecht, Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Sigmar Gabriel, das war jetzt ganz großes Kino mit beachtlichem schauspielerischen Einsatz. Es hat nur leider überhaupt nichts zu tun damit, wie die Bundesregierung real in Bezug auf diese Freihandelsabkommen TTIP und CETA reagiert und regiert hat, die ganzen Jahre schon. Es hat nichts damit zu tun. Sie täuschen die Öffentlichkeit und Sie verkaufen sie für dumm. Und dieses Leak, wofür ich wirklich sehr dankbar bin, das hat uns ja jetzt wirklich ganz klar gezeigt, dass alle Befürchtungen und alle Kritiken vollberechtigt sind. Wir haben es jetzt schwarz auf weiß. TTIP bringt, zumindest ist das die klare amerikanische Position, unterhalb derer es dieses Abkommen nicht geben wird. Das geht ja daraus hervor. TTIP bringt Genfot- und Hormonfleisch. TTIP bringt Gifte in unsere Hautcremes und Chemikalien in unser Kinderspielzeug. Und zwar solche, die aus gutem Grund bisher in Europa verboten sind. Das ist die Position, die in diesen Dokumenten deutlich wird. Und es bringt außerdem eine Sonderjustiz und Lagerechte für große Konzerne, mittels der sie in Zukunft jede Regierung, die nicht in vorauseilendem Gehorsam sich ihren Renditeinteressen unterwirft, vor den Kadi ziehen können. Und nun höre ich ja gerne, ich höre ja wirklich gerne, Herr Gabriel, dass die Bundesregierung das alles nicht will. Aber ich frage mich dann schon, ich meine, Sie haben das jetzt gesagt, aber weshalb gibt es dann nicht von der Bundeskanzlerin eine ähnlich klare öffentliche Deutlichmachung ihrer Position, wie sie beispielsweise der französische Präsident Hollande vorgenommen hat? Hollande hat ganz klar gesagt, das, was jetzt vorliegt, ist nicht zustimmungsfähig. Wo ist das öffentliche Nein von Frau Merkel? Es gibt dieses Nein nicht. Stattdessen gibt es tatsächlich inszenierte Kuscheltage mit Obama, es gibt unterwürfige Komplimente und es gibt eine Dauerwerbeschleife gemeinsam mit Obama für TTIP die ganze Zeit des Besuches über. Ich fand, das war oberpeinlich. Und eine Regierung, die so agiert, die sollte sich auch nicht wundern, dass immer mehr Menschen ihr das Vertrauen entziehen. Eine Regierung, die seit Beginn der TTIP-Geheimkungelei wirklich alles versucht, um die Öffentlichkeit zu täuschen, der kann doch wirklich kein Mensch mehr vertrauen. Und ich muss auch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, da diskutieren Sie, was Sie tun können, um aus Ihrem Jammertal bei Umfragen und Wahlergebnissen endlich rauszukommen. Das ist doch nun wirklich nicht so schwer. Hören Sie endlich auf, diese jämmerliche Politik mitzutragen, die dem Großteil der Bevölkerung ins Gesicht schlägt. Dann wird es Ihnen auch wahlpolitisch wieder besser gehen. Und ich muss natürlich auch sagen, ich kann alles unterschreiben, was Toni Hofreiter hier gesagt hat. Aber ich muss sagen, wirklich, ja klar, aber es ist leider nicht wirklich vertrauenserweckend, was man im neuen grün-schwarzen Koalitionsvertrag von Baden-Württemberg über die angeblichen substanziellen Vorteile von TTIP lesen kann. Und da sehe ich künftigen Abstimmungen im Bundesrat natürlich mit wenig Zuversicht entgegen. Und deswegen ist es inzwischen, und das, obwohl es inzwischen auch klar ist, dass nicht nur Arbeitnehmer und Verbraucher, sondern gerade auch mittelständische Unternehmen zu den großen Verlierern von TTIP und CETA gehören werden. Und Herr Gabriel, Sie haben hier mehrfach von freiem Handel geredet. Ich finde schon, der Begriff Freihandelsabkommen für diese Art von Abkommen ist doch ein einziges Lügenwort. Es geht doch überhaupt nicht um freien Handel. Es geht um Sonderrechte und Privilegien für große transnationale Konzerne. Es geht um ein Selbstermächtigungsgesetz für Kapitalinteressen, das Parlamente entmachten und letztlich die Demokratie endgültig begraben soll. Das ist doch das, worum es geht. Und so ein Projekt, das hat wirklich keinerlei Unterstützung verdient. Und alles, was ich bisher über TTIP gesagt habe, stimmt mit wenigen Abstrichen auch für CETA, Herr Gabriel. Und deswegen muss ich sagen, wenn Sie jetzt hier so klar betonen, dass Sie TTIP nicht wollen, ja warum dann die Unterstützung der Bundesregierung für einen ganz miesen Trick jetzt CETA über die Hintertür der europäischen Lobbykratie an den nationalen Parlamenten vorbei in Kraft zu setzen. Warum betreibt die Bundesregierung das? Das ist doch unglaublich. Und ich meine, CETA bedeutet, dass auch US-Konzerne natürlich die Vorteile nutzen können. Und auch CETA steht für GIF, Genfood und Paralleljustiz. Alles das ist auch in diesem Abkommen verankert. Und jedes US-Unternehmen, das eine Filiale, eine Niederlassung in Kanada hat, und das sind 80 Prozent dieser Unternehmen, kann dann natürlich auch diese Rechte nutzen. Und deswegen sage ich, ich finde es skandalös, dass die Bundesregierung dieses Verfahren offensichtlich akzeptiert, dass das über die europäische Ebene eingeführt werden soll. Wir akzeptieren es nicht. Die Linke hat dazu eine klare Position. Weg mit TTIP und weg mit CETA. Niemand außer den Renditejägern in den oberen Konzernetagen braucht diese Abkommen. Und ich sage Ihnen, wenn Sie schon nicht den Mut und das Rückgrat haben, ich bin gleich am Schluss. Einen Satz noch. Wenn Sie schon nicht den Mut und das Rückgrat haben, das selbst zu entscheiden, dann lassen Sie die Bevölkerung abstimmen. In den Niederlanden wird ein Volksentscheid über CETA und TTIP vorbereitet. Und ich frage mich, wann ist es endlich so weit, dass diese Form direkter Demokratie auch in Deutschland möglich wird. Die Linke wird sich auf jeden Fall